Die Wetterauer und Vogelsberger Bande waren Räuberbanden, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in der Wetterau und im Vogelsberg ihr Unwesen trieben. Name, Herkunft und Entstehung Die Zusammensetzung und Größe der Banden wechselte oft. Beide Banden pflegten enge personelle Verbindungen. Die meisten ihrer Mitglieder stammten aus Oberhessen. Die Namensgebung erfolgte nicht, weil sie ausschließlich im Vogelsberg oder in der Wetterau stehlen, sondern weil sie in diesen Gegenden ihre Hauptschlupfwinkel und ihre nächsten Merkmale haben. Sie betrieben meist ein ambulantes Gewerbe und waren selbst Kinder von Musikanten, Händlern, Landstreichern, entlassenen Soldaten oder Korbmachern, aber auch oft Kinder der freien Liebe und nicht im Besitz eines legitimen Vaters. Anführungszeichen Viele Mitglieder der Wetterauer- und Vogelsberger-Bande gehörten zum fahrenden Volk, ebenso in der Schinde-Hannis-Bande. In anderen Banden lag er sogar wesentlich höher. Jenisch-Sprecher aus Gießen stammten von ambulanten Händlern des 19. Jahrhunderts ab. Gelegentlich fanden sich unter ihnen auch Maurer oder Zimmerleute, die im Vogelsberg ihre Arbeit ambulant betrieben und dabei eine eigene Sprache, die Vogelsberger-Mauersprache, entwickelten. Die durchaus jenische Wesensmerkmale aufweist. Anführungszeichen Diese Sprache hat sich bis heute noch TV im Dialekt erhalten. Johannes Lehn war Zimmermann, Johannes Höhl und Johann Heinrich Brandau-Maurer, alle drei Mitglieder der Vogelsberger-Bande. Ludwig Funk von der Wetterauer-Bande war ebenfalls Maurer. Martin Knaus war Zimmermann und Mühlenarzt, baute und reparierte Kaffee-, Feg- und Kartoffelmühlen. Teilweise waren die Bandenmitglieder miteinander verwandt. Die Beischläferin des Johann Heinrich Becker war Christine Dietz aus Onsla, die Schwester des Johann Justus Dietz, der zur Wetterauer-Bande gehörte. Jakob Heinrich Vielmetter hatte unter seinen nächsten Verwandten 25 Gauner-Familien. Zeitgenössische Darstellungen des 19. Jahrhunderts klammern weitgehend die Frage nach den Ursachen des Räuberunwesens aus. Inzwischen sieht man sie u.a. als eine Folgeerscheinung der napoleonischen Kriege. Es waren die durch Verarmung und Obdachlosigkeit herangezogenen asozialen Elemente, die nach dem Zusammenbrechen jeglicher sozialer Ordnung einzeln oder in Banden zusammengeschlossen, ganze Bevölkerung steile in Angst und Schrecken versetzen können. Anführungszeichen Ein wesentlicher Faktor war auch die Kleinstaaterei, die flächendeckende und koordinierte Aktionen gegen die Banden erheblich erschwerte. So fand in Wetzlar 1801 ein Kongress der meisten hessischen Kleinstaaten und ihrer Anrainer statt, um Beschlüsse zu fassen, wie die Räuberbanden effektiv zu bekämpfen seien. Die Banden Die Unterscheidung in die Vogelsberger- und Wetterauer-Bande stammt aus dem Jahr 1813 als beide Gruppen bereits zerschlagen waren. Gräumen unterteilte ihre Mitglieder in zwei Hauptgruppen, die eigentlichen Gauner, jenische oder romanische Leute und die Gruppe der Beherberger, der Räuber und Abnehmer des Diebsguts. Dies wurde aber schon von Zeitgenossen als nicht sinnvoll kritisiert, da die Mitglieder der einzelnen Gruppen oft ihre Rollen tauschten. Vogelsberger-Bande Bernhard Bauer aus Volkatshain, Johannes Heinrich Becker, genannt Weißkopf aus Eckartsborn, Johann Heinrich Brandau, der Engel Röder Dick, geboren in Buchenau, war mit der ältesten Tochter Jakob Heinrich Vielmetters, Marie Elisabeth, verheiratet. Johann Heinrich Dönnes, genannt Katten Heinrich aus Eichelhain, Heinrich Euler, Hilde Brands Heinrich von Freiensteinau, Johann Adam Frank Hermann Glaser, der Lange aus Miesen, Großherzog Thunberg. Johannes Hüll, Vulgo Lieschenshannes, geboren in Obersimmee, Ludwig Hofmann aus Fult, Johannes Hoos aus Reptich, Weradepartement Königreich Westfalen, 1811 wurde er mit seiner geliebten Angelike Krämer, die zuvor mit Ludwig funkiiert war, ins Gießener Stockhaus eingeliefert. Martin Knaus, genannt der Mühlarzt aus Düdelsheim, der auch zur Wetterauer-Bande gerechnet wird. Johann Benedikt Kopf, Vulgo Schäge ist gleich oder Schäler Hannes aus Herbstein, Johann Heinrich Kurz von Stockhausen. Johann Leonhard Lang aus Rixfeld, genannt Han-Lehnert, Johannes Leni, Franzens Sohn aus Bräungesheim, der Vater Franz Lehn stammte aus dem Würzburgischen, auch er lebte mit einer Tochter des Jakob Heinrich Vielmetter zusammen. Ludwig Müllbus aus Bobenhausen, Johannes Müller aus Birklar, der Birklarer Schneider, auch Grabenschneider, genannt. Balser Pfeiffer war der Bruder von Johann Georg Pfeiffer, Vulgo Weißbrotshann-Gürg angeblich in Mar geboren. Dessen Vater hatte U.A. als Hessen-Kasselscher-Soldat in Nordamerika gekämpft. Johannes Reitz aus Habach, genannt der Habacher Hannes. Johann Heinrich Ritter, Vulgo Feldschersjung, Hennerle, Kleiner Heinrich oder Heinrich mit der Geige, aus Landenhausen, später Mitglied der Wetterauer-Bande. Johannes Stahl, Kalkannes genannt, aus Tannen. Friedrich Adam Thomas, der lange Friedrich aus Sturzhausen, Sachsen-Gotha. Nach Gräumen war er der vollendeste Spitzbube der Vogelsberger-Bande. Andreas Thron, Vulgo Neunfingers, Andres, geboren in Ilbeshausen. Johann Heinrich Volk, genannt Bick aus Storndorf. Johann Georg Wert, Vulgo Speckert aus Wernholdhausen. Wetterauer-Bande Die Wetterauer-Bande wurde auch die Platten genannt. Die Platten bedeutet Spitzbube oder auch Gaunerisch, dem Gaunertum angehörig oder nahestehend. Anführungszeichen Zu dieser Bande gehörten Konrad Anschuh. Er hieß eigentlich Konrad Unschick und stammte aus Rothheim. Johannes Borkener, der Polengänger, Hannes aus Romsdal und sein Bruder, Michael Borkener, der Polengänger, aus Flörsbach. Dieser gehörte auch zur Vogelsberger-Bande. Die Mutter der beiden war die Schwester von Jakob Heinrich Vielmetter, Johann Justus Dietz, Vulgo Lumpen Just, aus Asla, Johann Adam Frank Sternchen, genannt der, große oder älterer Feldschersjung, Hann Adam oder Schwubka aus Schlitzenhausen, Stiefbruder von Johann Heinrich Rita. Dieser gehörte auch zur Vogelsberger-Bande. Ludwig Funk aus Sellenrott, Vulgo Sellenröder Ludwig, Peter Götzel, Vulgo Heidenpeter und Schoden Heinrich angeblich aus großen Englis. Er soll aber aus Berlin stammen und in Kransberg gewohnt haben. Johann Georg Gottschalk, auch der schwarze Jung oder Fültens Heinrich, genannt aus Ilbenstadt Johann Heiland. Heinrich Keller, eigentlich Heinrich Baum von Ruppertsburg, Johann Heinrich Oberländer, geboren in Wittesburg. Auch er war mit einer ehemaligen Beischläferin von Ludwig Funk verbunden, nämlich Dorothea Strack, die aus einer Räuberfamilie stammte. Johann Valentin Christian Oberländer, auch schwarzer Christel oder Löffel Hannes aus Urbach, war ein ehemaliger Lugner-Soldat. Gemeint ist wohl, dass er unter Nikolaus Graf Lugner diente. Johann Heinrich Ritter, Vulgo, der jüngste Feldschiersjung, Hennerle oder Heinrich mit der Geige aus Landenhausen, ebenfalls auch Mitglied der Vogelsberger-Bande. Johann Adam Steininger, Vulgo über Rainer Hannadam aus Lohnweiler, der vorher zur Schinder-Hannes-Bande zählte und elsässische Mundart sprach. Konrad Vielmetter war der Bruder von Jakob Heinrich Vielmetter, zusammen mit seinem Sohn Ludwig gehörte er ebenfalls zur Bande. Jakob Heinrich Vielmetter oder alter Jakob Heinrich aus Obernhain, der wohl der eigentliche Anführer der Wetterauer-Bande war. Er war der Kopf einer weit verzweigten Räuberfamilie. Johannes Vielmetter, sein Sohn Johann Heinrich Vogt, der Schoden Heinrich aus Gilserberg, Henrich Wolf. Weitere Mitglieder waren, Cornelius Kehr oder Kehr, Vulgo, Nettl oder Nöll aus Obersteinbach, gehörte zu dem Wetterauer-Gauner-Gesündel. Johann Adam Kühn, Vulgo, Grabfelder-Hahn-Adam oder Grünbecks-Hahn-Adam, zieht meist als Schweinehändler umher und gehört sonst zu der Wetterauer-Bande. Anführungszeichen Punkt Beziehungen zu anderen Banden Auch zu anderen Banden bestanden vielseitige Beziehungen. Peter Götzel, Vulgo Scheler Peter oder Scheler Heidenpeter nannte, war ursprünglich Mitglied der Brabenter-Bande. Ebenso wie die Brüder Klaus und Georg Hatting sowie Apelinarius Lützler, genannt Bernhardt, die mit dem Heidenpeter Verbrechen verübten. Dazu gehörten Diebstähle in Appenrod und Kirchberg. Johann Adam Steininger, der über Rainer Wilhelm, hatte auch Beziehungen zu der Bande des Mäntelpolers und zu der niederländischen Bande um Adrian Bosbeck, Vulgo Schiffertzen. Anführungszeichen Mit Steininger standen auch die Odenwälder Räuber Veit Krämer, Vater und Sohn, sowie Johann Adam Häusner in Verbindung. Johannes Borkiner, Vulgo Polengängers Hannes versuchte im April 1811 mit dem Odenwälder Hölzerlips einen Überfall im Büdinger Wald. Jakob Heinrich Vielmetter unternahm mit seinem Sohn Johannes und dem Hölzerlips insgesamt fünf Diebstähle in den Jahren 1807 und 1809 in der Wetterau Straftaten Die meisten Straftaten waren Einbrüche und Diebstähle, relativ wenige aber in Kirchen U.A. mag die drohende Todesstrafe bei diesem Delikt abschreckend gewirkt haben. Selbst spektakuläre Aktionen wie der Überfall bei Kleinrechtenbach 1811 brachten finanziell wenig. Zwar erbeuteten die Räuber Waren im Werte von 2000 Gulden, aber ihr Heeler aus Münzenberg zahlte nur 143 Gulden. Strafen 1810 fand in Burggemünden die Verhaftung mehrerer Verbrecher und die Untersuchung ihrer Taten statt. Darunter war Johann Heinrich Deutscher, Vulgo Hessenländer Heinrich, der dort neun Verbrechen gestand, aber 1811 wieder rief. Ein Jahr später wurde Johann Georg Gottschalk in Burggemünden gefasst und nach Gießen ausgeliefert. 1811 fing man Johann Justus Dietz bei Bellersheim und lieferte ihn in Stockhaus nach Gießen aus. Auch Peter Götzel, der Heidenpeter, wurde 1811 im Hanauischen Gebiet unter dem Namen Georg Schiefer verhaftet. Am 22. September 1806 war er bereits in Marburg zu drei Jahren Haft in Eisen verurteilt und nach Ziegenhain geschickt worden, wo er aber am 31. Dezember 1806 wieder ausgebrochen war. In Gießen waren 17 Mitglieder der Wetterauerbande inhaftiert ihre Konkubinen nicht mitgerechnet. Ihnen wurden 265 Verbrechen zur Last gelegt. Beide Banden begingen insgesamt 13 Morde, 80 Raubüberfälle, 245 Einbrüche und 241 einfache Diebstähle. Jakob Heinrich Vielmetter war an den meisten Verbrechen beteiligt, nämlich 60. Er verstarb im Alter von 65 Jahren am 25. Februar 1812 im Stockhaus. Johann Valentin Oberländer, immerhin auch schon 54 Jahre alt, wurden 54 Verbrechen vorgehalten. Konrad Anschub brachte es mit seinen 31 Jahren schon auf 52 und Aten und selbst der 18-jährige Johann Heinrich Ritter hatte schon 32 Verbrechen begangen. Johann Heinrich Volk saß 1812, als die Prozesse in Gießen begannen, bereits im ehemaligen Kloster Marienschloss in Rockenberg, das 1811 zu einem Gefängnis umgewandelt worden war. Jonas Hoss aus der Vogelsberger Bande wurde am 14. Juli 1812 enthauptet. Der 41-jährige Martin Knaus verstarb im Februar 1813 in Haft. Hermann Glaser lieferte man am 15. Dezember an die Präfektur Dillenburg aus. Johannes Hüll wurde zu einer 5-jährigen Michael Borkenert zu 20-jährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Johannes Müller aus Birklar wurde im Frühjahr 1812 in Marburg hingerichtet. Ebenfalls aus Birklar stammte der Räuber Gibat Eller, der im Dezember 1812 in Marburg durch das Schwert hingerichtet wurde. Krämer Mathis und Veit Krämer wurden am 31. Juli 1812 zusammen mit dem Hölzer Lips in Heidelberg hingerichtet. Den 24. März 1813 wurden Johann Justustiz, Ludwig Funk und ihre Räuberkollegen aus der Wetterauer Bande Johann Adam Frank, Johann Georg Gottschalk, Konrad Anschuh, der Heiden Peter und Johannes Borkener zum Tode durch das Schwert verurteilt und in Gießen hingerichtet. Im März 1813 waren noch nicht verhaftet, die Brüder Klaus und Georg Harting, Heinrich Baum oder auch Keller genannt. Auch der Habacher Hannes war entkommen, nach 1815 nahm das Räuberwesen in Oberhessen ein rasches Ende.